So, und wir haben direkt den nächsten hier. Eine Box und der nächste Fahrer. Ja, diesmal jemand ganz Besonderen, den wir hier eigentlich so gar nicht mit gerechnet hätten. Daniel, GT Masters haben wir dich ja jetzt die letzten Jahre verfolgt, weil wir da selber immer an der Strecke gewesen sind. Dieses Jahr gab es bei euch da endlich den Wagenwechsel. Ihr seid jetzt mit einem neuen Corvette unterwegs. Wie läuft es mit dem Hobel? Ja, Servus erstmal. Ja, wir sind wirklich zufrieden. Klar, eine neue Corvette ist immer schwierig, wenn man ein neues Auto bringt. Ja, wir konnten auch nicht viel testen vorher. Das heißt, wir haben wirklich nur zwei Testtage, maximal drei, glaube ich, zweieinhalb kann man sagen, wo wir einfach fahren konnten mit dem Auto. Und hatten auch zwei, drei kleine Probleme. Deswegen bin ich auch echt überrascht, dass wir jetzt direkt im zweiten Rennwochen in den Sieg einfahren konnten mit dem neuen Auto. Und von dem her, also super zufrieden, damit haben wir wirklich gar nicht gerechnet, dass es sofort auf Anhieb so gut läuft. Und ja, wir müssen einfach weiter daran arbeiten. Ich denke, wir sind noch nicht ganz so gut aussortiert mit dem Auto. Also gerade am Setup haben wir noch ein bisschen Schwierigkeiten. Da können wir auf jeden Fall noch zulegen. Aber ich denke auf jeden Fall, das Auto ist schon richtig gut gemacht von Calloway. Wenn man auch bedenkt, mit welchem Budget die das auf die Beine stellen, im Vergleich natürlich zu den ganzen anderen großen Werken, muss man schon sagen, Respekt und Hut ab vor der Leistung, was die Jungs da machen. Ja, du sagst es schon, das Auto. Welche Vorteile hat es gegenüber der alten Corvette? Klar, im Prinzip ist das Auto komplett neu von Grund auf. Das Einzige, was wir aus dem alten Auto benommen haben, ist der Motor. Der ist genau der gleiche geblieben. Ansonsten, die komplette Aerodynamik ist überarbeitet. Das ist auch der größte Vorteil jetzt beim neuen Auto. Das heißt, wir können einfach mehr Cornerspeed fahren oder mehr Kurvenspeed. Und das ist eigentlich so der größte Unterschied dann in dem Auto. Ja, gehen wir mal weg von der GT Masters, weil da werden wir uns auf jeden Fall dieses Jahr noch ein paar Mal sehen. Kommen wir zurück zu den 24 Stunden hier. Ihr habt schon gesagt, ein bisschen fremdfahren. Ausgerechnet mit deinen Kontraitengegnern aus der GT Masters auf einem Auto und dann der AMG, der neue. Wie ist das für dich? Ja, für mich kam das auch überraschend, Anfang der Saison, wo hier Zack Speed mich angeschrieben hat, ob ich mit denen 24 Stunden machen will. Ich dachte, okay, gut. Damit habe ich es überhaupt nicht gerechnet. War natürlich sehr froh darüber, weil ich noch keinen Fahrerplatz hatte bis dahin. Und habe dann natürlich gesagt, okay, klar, sofort. Ja, ich bin dabei. Ich habe mich auch wirklich sehr darauf gefreut, dass es so funktioniert. Klar, das ist aber immer so ein Motorsport. In manchen Serien fährst du gegeneinander und bei anderen Rennen fährst du halt miteinander. Ja, das ist auch kein Problem. Ich verstehe mit den Jungs super. Auch wenn wir mal in der GT Masters einen ein oder anderen Konflikt hatten, aber das gehört dazu zum Motorsport. Ja, das ist Motorsport, ne? Eben. Und von dem her, ja, wie gesagt, kam überraschend für mich. Deswegen konnte ich auch vorher nicht testen, aber mit dem neuen AMG. Also es ist auf jeden Fall ein super Auto, muss man auf jeden Fall sagen. Sieht man ja auch an den Ergebnissen hier überall. Ich glaube, das meist verdrehende Auto in den ersten 20 Autos. Und, ja. Ja, du hast das Glück, du darfst auch noch ein paar andere Autos fahren. Wir haben gerade eben nochmal drüber gesprochen. Ein Ferrari, ein Porsche. Wie ist das in einem Jahr so viele unterschiedliche Autos? Wird man da nicht irgendwann Panne? Ja, es geht noch. Also es ist natürlich schon immer eine Umstellung. Klar, jedes Auto hat so ein bisschen seine eigenen Feinheiten, eigenen Tricks, wo man natürlich dann beachten muss. Ja, es ist nicht immer ganz leicht, wenn man wirklich von einem Wochenende auf das andere jedes Mal das Auto wechselt. Aber, wie gesagt, für mich geht es gerade im Moment darum. Ich bin auch froh darüber, dass ich fast jedes Wochenende im Rennauto sitze und fahren kann irgendwo. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, um einfach weiterzukommen. Ja, und von dem her bin ich da wirklich super happy. Also, ich meine, klar, zum Beispiel das Publikum mit der Ferrari, es war ein Pro-M-Auto, mit zwei Gentleman auf dem Auto. Aber nichtsdestotrotz macht es super viel Spaß, auch mal über die GT Masters hinauszuschauen, weil die letzten Jahre war eigentlich immer nur GT Masters das Hauptthema bei mir. Und, wie gesagt, jetzt geht es in die Kühle in eine andere Richtung aus, um einfach ein bisschen europaweit noch ein bisschen bekannter zu werden und auch einfach mal was Neues zu sehen. Ja, genau, was Neues zu sehen. Mal ein anderes Format. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erst mal, weil eure Autos stehen draußen. Das dauert nicht mehr lange. Dann rumstet hier richtig. 15.30 Uhr, hier ist der Start. Wann werden wir dich im Auto sehen? Laut Plan werde ich einen dritten Stint fahren. Ich hoffe noch einen trockenen, aber es sieht leider nicht so aus. Nee, aber schauen wir erst mal, dass wir die ersten paar Stunden gut überleben, gut dranbleiben und dann mal gucken, wie das Rennen läuft. Super. Daniel, ich bedanke mich bei dir. Wir sehen uns nochmal zur GT Masters und dann sprechen wir nochmal über die Corvette, über das Team dort. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe rein. Ich wünsche dir hier viel Spaß und das war's.